Auf Arabisch sagt man Also von der Wege bis zur Bahre oder so. Immer man sollte lernen. Man sollte das nicht vom Lernen aufhören, bis man stirbt. Mein Name ist Hazem al-Ahmed. Ich komme aus Syrien, aus Alipo. Also Alipo ist schon sehr bekannt, alle die Welt kennen jetzt Alipo. Alipo ist eine zerstörte Stadt, die dem Boden gleich gemacht wurde. Ich bin 29 Jahre alt, ich werde in einem Monat, also am 1. Mai 1930. Als der Krieg in Syrien schon begonnen hat, hatte ich nicht so viele Möglichkeiten da zu machen. Also entweder mit der Regierung zu kämpfen oder mit der Eurotionen. Und ich bin also ein Mensch, der nicht andere töten kann. Ich kann das einfach nicht. Deswegen habe ich so die Entscheidung getroffen, in die Türkei zu fliehen. Da, dort etwas Geld zu verdienen, dann nach Europa zu fliehen. Wir waren elf Leute. Wir sind von Azmir nach Deutschland mit einem Boot geflohen. Ich bin auch mit drei anderen Verwandten geflohen. Das war einfacher. Immer so in guten oder schlechten Zeiten. Es gibt immer jemanden, der mir unterstützt oder hilft. Also im Oktober 2014 habe ich schon meine Familie getroffen. Das war mein letztes Mal. Also es ist schwierig jetzt und es gibt nicht immer so einen Empfang oder so nichts wert. Manchmal geht es vor einer Woche aus und hier mache ich richtige Gedanken über meine Familie. Also ich hoffe mir nur, dass der Krieg so bald enden wird und wieder wir uns treffen können. Ja, ich bin hochmotiviert an diesem Lehrkraftplus-Programm teilzunehmen und wieder in meinem Bereich tätig zu werden. Ich bin mir sicher, dass ich viele Erfahrungen sammeln würde und viele neue Dinge ausprobieren würde. Es beratet mir viel Freude, also dass ich den Kindern etwas beibringen kann. Es ist aktiv immer mit Menschen etwas zu tun und ich bin auch teamfähig. Ich arbeite gerne mit anderen Kollegen. Ich fand das sehr gut und ich freue mich so, dass ich wieder in meinem Bereich tätig zu werden. Das hat mich sehr gefreut. Aber die Arbeit da war auch anstrengend. Also anstrengend, aber es macht viel Spaß.